Wenn Sie sich mal wirklich entspannen wollen, liebe Zuschauer, dann lassen Sie sich entspannen und gehen Sie ins Hammam. Das probiere ich jetzt mal aus. Das ist schon sehr angenehm, liebe Zuschauer. Das war die zweite Stufe, das war das Peeling. Vorher muss man natürlich die Haut entsprechend weich machen, durchs Schwitzen hier auf dem Bauchstein. Deshalb Bauchstein, weil der Bauch soll weg. So, und jetzt muss ich jetzt weitergehen. So, und jetzt muss ich jetzt mal. Wow, das ist klasse. Sollten Sie versuchen. Unbedingt.